Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge hier in Thüringen. Wir machen heute weiter mit Holz und später holen wir noch Anhänger für Holzverkauf, damit wir heute mit dem Geld verdienen können. Damit wir hier mit Schulden rauskommen. Ja, ein bisschen Kreditrahmen habe ich auch noch. Aber die kosten wohl Zinsen, aufpassen. Nicht alles für die Banken. Genau. Ich habe hier schöne gerade Bäume. Gut für Streichholzer. Gut für Riesen. Ist bei dir auch Regen? Ja, sogar die Witte. Also, was sagt die Wettervorhersage? Oh, oh, ja. Also heute Regen. Dienstag mal Sonne, dann kommt wieder Regen. Ich habe gar nicht Zinsen eingefällt. Also Zinsen aktuell bei neun Tage. Willst du auch sechs Tage ändern oder bei Tagen bleiben? Mir ist egal. Bleiben wir auf neun Tage. Bleiben wir auf neun Tage, ja. Also Schneeskuhl sind an, Schneemodus auch und Temperatur ist in Celsius. Sind super. Meine Kühe haben schon Wasser vom Regen. Ich höre nur nicht um meine Tiere. Nein, ich auch nicht, aber Wasser vom Regen. Ja. Gut machen, weiter. wenn ich jetzt nicht erinnert, bin ich nicht. Ich hab mich nicht erinnert. Oh, ja. Endlich morgen Ende, ne? Zum Glück, ne? Ja, weil ich daran denke, was du da hinzuhörst, was aus dem Kuss abend geht und was dann er zogen wird. Da dürft man froh sein, da darf man überhaupt noch Arbeit haben. Ja. So, gut, gut. Wo müssen wir durch die Tiere ausladen? Bei der Rampe oder der Strecke hoch. Da musst du ein Fahrzeug stecken. Komm mal kurz hin. Viehhändler. Besuchen. Nein, ich bin nicht für Viehhändler, ich bin am Hof. Ach so. Ja. Das ist... Besuchen, BGH. Ach, hast du hier nen schönen Hof. Mit BGH unter Dach und Fach. Das möchte ich auch mal haben. So, Viehhändler. Da muss eigentlich ne Fläche sein, die man... äh... Eigentlich... Ach du Schweinestall hast du den großen. Hier vorne ist Fütterung. Muss eigentlich so ein Zaun sein, zu weite normalerweise. Oder im Stall. Was ist noch Holz hier? Mit kalter Winter. Ja. So. Gute Fragen, ey. Gulle ist hier. Okay. Okay. Ah, da ist... Tiermenü. Bei einem kleinen Tor da. Na gut. Du hast ja gefunden. Hier ist doch die Fläche da, ne? Ja, was für Blinde, ne? Den Wasserhahn kennst du mit aus? Da müsst ihr mal gucken, wo der Druck ist, ne? Also du musst den Wasserhahn wahrscheinlich am Druck platzieren, oder? Ja. Oder in der Nähe vom Druck. Das wäre logisch. Weil ich jetzt keinen Druck hier sehe. Ach, hier ist er innen drinne. Ja, da müsstest du mal dahin platzieren. Also... Das geht nur einmal. Beim zweiten Mal geht's nicht mehr. Huh. Ja, da müssen wir am höchsten tricksen. Damit man da prozent den Mod noch kurz rausnimmt. Dass er sich wieder auf Null setzt. Und dann kann man normal machen. Na, vielleicht klappt's beim ersten Mal schon. Bei den Kühen ist es einfacher. Da hab ich den Druck gefunden, ne? Da geht's im Druck gleich rein, ne? Aber im Grunde ist es ja so, dass du da den einen Hahn da hinbringst und den Wasserhahn muss ja da in der Nähe sein irgendwo. Ach, wird schon finden. Das wird schon. So. Mah! Ich hab gerade bemerkt, ich hab überhaupt keine Schweine geladen. Ist gut. Ich hab da so einen Spruch. Was man im Kopf hat, aber an der Beine, ne? Ja. Du hast ja einen schnellen Taktor. Dann hast du dich zur Strecke einmal eingefahren, kannst gleich Probe machen. Aber das ist schön, dass der Kurplay bei... Multiplayer jetzt auch geht. Ist gut. Also, ich sehe deine ganzen Kurse. Ah, hab ich noch aktiviert? Also... Da sind noch harten Cosplay-Kurse drinnen. Dann ist gut. Das braucht keine Einfahrt. Das passt. Na ja, gut. Das finde ich schwierig, weil... Weil, äh... Silo und so aktuell nicht da klingt, wo es früher war. Das muss ich mal sehen, dass die alten Lösche. Wohl machst bei deinem kleinen Zusatz mit dem K vorne. Ja, das habe ich auch früher nicht. Dann brauchst du kleines Suchen. Ich hab irgendwie auch schon ein K-System, und da seh ich noch nicht durch. Weil die Kurse bei mir kähen im großen Ganzen nicht, weil ich ja, äh... das Silo, äh... jetzt nicht habe. Super. Darum werde ich wahrscheinlich die Kurse eher löschen, dass wir mal neu einfahren. Bei Gelegenheiten. Die hat nämlich die Schweine, also... ausgeladen, aber dann nicht bestätigt, glaube ich. Ja, dann... dann ist dann logisch dabei. Aber, gut. Dann müssen wir ja auch noch interessieren. Äh, bei... Bei... Bei Tizen musst du aufpassen, vor allen Dingen nachts, wenn wir auf 30 wählen würden, ne? Dass du dann da Bescheid sagst, dass wir da... keine Tiere, Gras und der Set verkauft. Dann kann es sein, dass die Tiere am Hänger verhungern, ne? Und Sterne. Das Spiel passiert damals, äh... ganz am Anfang, habe ich Tiere gekauft, vom Stall gefahren, ist mir was anderes eingefallen, Stück durch, und hab's noch fertig gemacht. Und dann hab ich mir, die nächsten Tag in der Lunge gesehen, Tiere gestorben. Da waren die im Hänger drinnen. Genau. Ja. Musste mal schauen, das ist eine der vierten Folgen bei... bei der Marsch. Sind nur... keine Ahnung, 700 Folgen oder so. Wir sind so weiter beschäftigt. Ja. Aber das ist erst später gewesen, um zu beziehungsweise abzugehen. Also zu vierfach. Am Anfang habe ich mit der Eifer angefangen, und dann später mit der Vierfach. Aber ich werde die Aufwalttiere haben. die ersten Bäume sind schon gefallen. und dann sehen wir da weiter. Ich hab viel Holz hier im Wald. Aber Schweine sind nicht blöd, die brauchst du nicht Futter kaufen, kippst da ab, und der Rest machen dir leide, ne? Das geht am Anfang ziemlich bequem, ja. Aber wenn die Schweine dann noch mal am Hof sind, dann wird er auch ein bisschen Holz machen. Ja, klar. Wir dürfen da sogar durch den Wald 60 FPS durchgehen. Ich hab aktuell 150. Aber das schwankt immer ein bisschen normal. Meine Grafik hat es auch aktuell auf 70 Grad. Nur dazu sagen, ich spiele auf 4K und auf von der Laste. Wie hast du eingestellt, wann ich die Grafik hatte? Ich sehe bis gar nicht, wie heißt dies. Ja, du hast nur einen Monitor, ne? Mhm. Ich sag mal so, als Faustregel, wenn der Lüfter gut läuft, dann ist es warm. Ja, es ist ja ziemlich warm. Ja, ich sag mal so, ich hab schon mal bei mir umgeräumt, ich hab das Fenster freigeräumt, wenn es ja zu warm wird, dass man aufmachen kann. Ich kann ja vorher im Prinzip, wenn du mal irgendwann zum Besuch kommst, die ganze Schoße mehr nach rechts gerapscht, dass wir so viel und rot auf Pippsahne kommen werden, auf Kipp. Nun kann ich im Prinzip fast aufmachen. Dann kommt hier mehr Luft ran. Kann ich Ventilator reinfällen ins Fenster und den Griff halten müssen lassen. Ja, hier drinnen ist ziemlich warm. Über den Monitor sind es aktuell 25 Grad. Also in den Wochen klauen sie eine Stunde, ne? Ah, Zeitung steht dann wieder. Ja, ja. Das Sonntag wieder voll am Arsch. Ihr glaubt, das wurde abgeschafft von dem Reino. Nun ist ja die von allein an der Regierung. Der Juncker ist ja nicht mehr da. Das ist Geschichte. Jetzt haben sie ganz andere Sorgen. Mit ihren scheiß Klima-Grün-Deal, den wir bezahlen müssen. Und mit ihren scheiß Corona jetzt. Also, Uhrzeiten, die stellen sie nie wieder ab. Na, die nächsten Jahre wahrscheinlich kommen wir nicht. Na, das wird unmöglich. Weil, äh, derjenige, der es verspricht, kann es ja nicht abwählen. Ich glaub, äh, ich kann nie was machen und einhalten. Äh, was ich mal gesagt habe. Die Pfeife in der Krugel kannst du am Hals gehen. An den Gurgel. Zur Not. Der Brustlund ist weit weg. So, jetzt können wir wirklich Gieren holen. Wahnsinn! Auf den richtigen Schweine. Ja, gescheuer. Hauptsache, hauptsache Schweine. Hauptsache Rose. Wenn, wenn die, wenn die lange Haare haben, sind Schafe. Hä? Die Größe passt ja auch ungefähr. Ungefähr. Ich hab mal, äh, äh, zu Hause, der Nachbar hatte sich mal so einen Schafbock gehabt. Äh, vom Zoo hat er sich mal so gekauft. War mehr hinzucht als, als reine Schaf. Äh, jedenfalls, äh, Schafbock ist ja eigentlich aggressiv. Sobald ich in der Liege war, hat er den Kopf gesenkt. Und wollten bestoßen. Aber ich wusste ja, wie lange die Kette war, und konnte mich entsprechend hinstellen. Ja, da haben wir voll Anlauf. Voll Anlauf. Und den Augenblick, wo er mich erreichen wollte, war die Kette zu Ende. Hat er sich beschlagen. Naja, nicht nur einmal, sondern dauernd. Also, der hat, äh, kein gutes Gerechtes gehabt. Ja, das war kein, äh, kein großes Schaf. War eher so ein, so kleines. Den er auch mal zur Not, äh, an die Hörner packen konnte und entsprechend hochheben konnte. Also, weil er im Prinzip keine Kraft hatte. Weil er zu klein war. Jedenfalls, äh, Sag mal so, ein duscheliges Vieh. Mit Polen machst du das nicht, da rennst du dann auch lieber weg. Der rennt, der rennt herum mit dir. Mhm, genau. Und der reißt den Flock aus der Erde raus. Haben sie bei uns immer gemacht, äh, die Polen. Auf die Weile gebracht und dann wird er Kette festgemacht. Gut, die meisten Tiere waren zahm, das war eine Frage. Was ein Aggressiv dabei hatte, das war eine Gefährdung. Für Fremde. Äh, wer aufgezogen hat, der hat im Prinzip gerade aufgezogen. Da war das Prinzip, äh, über Schauerdrehen. Ja, so ein Tier hat Kraft, du. Wenn der mal die Hörner hebt, du. Ja. Und ich will lieber Schweine, die haben keine Hörner. Naja, äh, Schweine, ja. Wir hatten zwar solche gehabt, der wollte wenn sie Fuß beißen. Ja, aber die können nur ein bisschen zwicken, oder? Das war richtig beißen. Oh, oh, oh. Ist ja schaustig feindlich. Wenn du so ein ausgewachtes Schwein hast, dann hat das schon Kraft. Kann nicht vom wehtun. Umbringen zwar nicht, aber halt, äh, Wenn so 100 Kilo, die, äh, umlaufen, ist das ein Hefe, ne? Naja, gut, die, die normalen Saugen haben ja keine Eckzähne, ne? Aber die Eber hat ja meistens noch nur die Zähne, ne? Ausgewachsene Puls. Und das macht ihr ein bisschen gefährlich. Aber ich hab keine, bei uns keine gesehen. Wir hatten meistens, äh, Ich glaub, weibliche Tiere, und, äh, Eckzähne rassen, glaub ich, ein bisschen später, glaub ich. Keine Ahnung. Weil die wurden ja eigentlich kastriert, die, die Schweine. Als Ferkel. Schon kurz nach der Geburt, dann wurden die Eier weg. Ohne alles. Wir hatten mal ein Schwein gehabt, dann haben wir es vergessen, ja, wir haben übersehen. Und da wurden ja später, äh, die Betäubung, äh, entmahnt, kann man sagen. Weil Schwein mit, äh, mit Eiern, kann man sagen. Das Fleisch schon nicht schmeckt, das Fleisch irgendwie anders schmeckt. Ungenießbar. Von dem Schmack her. Da haben sie, kurz sagen, die Eier weg. Aber wenn ein Schwein ein Huhn kriegt, ähm, also ein Huhn reizt sich im Druck, und das, äh, Huhn, kommt nicht wieder weg, und das Schwein kriegt zu fassen, das frisst Huhn auf. Zweit frisst ja alles. Hühner aussehen, so bin ich gut. Ja, wenn du das kriegen. Ja, wenn man ein Huhn, äh, wegfliegen kann, passiert nix, ne. Aber, wir hatten ja Hühner im Prinzip frei, äh, herlaufen. Hühner sind ja immer auch ein bisschen, äh, nach Futter her und so, ne. Und fliegen überall hin, oder flüchten, und können nicht lange fliegen. Äh, da müssen sie zufälligerweise in eine Wucht reinfliegen, da müssen sie sich beeilen und wieder auskommen, ne. Dort stappen die ja zu. Ich weiß, bei uns im Dorf hat doch ein oder andere, wenn da Juckkatzen hatten, auch, äh, da entsprechend, äh, am Flusszeichen entsorgt sind. Wenn ich Stallrück mal gearbeitet hab, äh, da musstest du, bevor du reingehst, an den Türkräften klopfen, damit geraten flüchten. Ja, da hatten sie ja das Futter auch gehabt, als, äh, Haufen, also Schrot vor allen Dingen. Und wenn du reinkamst, durftest du vorher kräftig, äh, richtig mal füllen, ne. Du hast ja mal laufen sehen, die Tiere, ne. Nix für schwache Nerven, sag ich mal so. Also da, wo Tiere sind, mit viel Futter, mit noch ran, ne. Da sind die Raten so schlau. So, liebe Schauer, wir haben fast wieder in die Runde überzogen. Mal ganz kurz zur Abschied, tschüss. Auf den Gewinke, schönen Dank für den Freitag. Tschüss.